In jedem Frühjahr stelle ich fest, wie begeistert ich davon bin, wenn man in den Gärtnereien oder Geschäften diese großen Präsentationsständer findet, auf denen viele verschiedene solcher Samentütchen präsentiert werden. Das sind Tütchen, die ganz unterschiedliche Samen enthalten. Diese Samenkörnchen haben alle eine bestimmte DNA. Etwas ist in ihnen schon festgelegt, was nachher die Frucht, die Größe, die Farbe, die Form alles bestimmen wird. Samenkörnchen sind dazu gedacht, dass sie, um neues Leben hervorzubringen, in die Erde eingesät werden müssen. Und das beeindruckt mich auch, dass es in diesem Dunkel, in diesem Nassen, in dieser Erde, in diesem vielleicht manchmal heißen Boden, kalten Boden, dass es da zu einem ganz besonders neuen Prozess kommt. In der Bibel wird auch von diesem Einsäen des Samens, von diesem Sterben des alten Menschen gesprochen. Da wird davon gesprochen, dass dieser alte Mensch sterben muss, damit etwas Neues hervorkommt. Und das ist kein überflüssiger Prozess. Der alte Mensch muss sterben, damit eine neue Identität in Jesus, ein neues Leben mit Jesus, die Neuheit des Lebens, so bezeichnet es die Bibel an einer Stelle, dass das passieren kann. Und es passiert nur durch diesen Prozess des Sterbens. Jesus selbst sagt uns, ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben, ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen, eine reiche Ernte neuen Lebens. Jesus hat alles in diesem Neuwerdungsprozess, hineingelegt, dass du ein Leben führen kannst, was fruchtbringend ist. Dein Leben soll nicht vertrocknet in einem vertrockneten Zustand bleiben, nicht braun und unansehnlich, sondern du sollst in Neuheit des Lebens leben. Du sollst Frucht bringen. Du sollst bunt, farbig und etwas sein, was Menschen dient, was Menschen gerne ansehen. Du sollst Frucht bringen. Ich möchte dir einfach Mut machen. Komm raus aus deinem Samentütchen, wenn du das bisher noch nicht getan hast. Bleib ja nicht in diesem Samenkörnchen als Samen liegen, der zwar die ganze DNA hat, aber der nicht durch diesen Prozess durchgegangen ist, um in Neuheit des Lebens, um in diesen neuen Menschen hinein zu kommen. Wir haben auf unserer Webseite dazu auch Hilfestellungen angegeben. Dort findest du in diesen Button, was dir wirklich hilft, oder auch Gebetsvorschläge, wo du eine Hilfe findest, durch diesen Prozess in das Neuwerden hinein zu kommen, wo du da Hilfe findest. Bleib nicht als einzelnes vertrocknetes Samenkörnchen in diesem Tütchen liegen, sondern ergreife dieses neue Leben, was Jesus dir heute anbietet. Ich weiß, Gott hat mehr für dich. Zit контronische först66-2 Die Mathe Schonсяч Jetzt Ich habe dich Schon die ya